...ein Stau, der Werkstatt 6... ...und der Deal... ...und das Seine gehen auf, die Beine sind sehr rübergeguckt... ...ausgerieben, aber vollgelebt, also... ...und das Stau... ...aufgerieben, dahinter Thomas... Wo kommt der Chant angegriffen vor dem Ohr geführt? Und in der Nähe... Volker Lange auch ein ehemaliger IDC voran. Alles das, was aus der IDC kommt, ist in der DM-Reichlich. Superschnell unterwegs. Und dann kommt der Fritz, den Dann liegt er an diesem Kämmer und der versucht jetzt hier den Angriff. Auf die 605, der hat die Besserie. Er hat diesen Kämmer ganz dicht an Hand rausgräbeln und auf jeden Fall. Er hat den Kämmer. Jetzt kommt er in die Regierung. Ein Einsatz der Reisbruch. Klaus Griff macht die Tür ein bisschen zu einem Auge. Und dieser Kämmer ist durch. Thomas Bogovic ist ausgefeilt von der MSF-Oder. Jetzt kommt der Kämmer. Volker Hange geht jetzt in die letzte 3-Runde, die noch zu fahren ist. Der Kämmer ist in der Mitte. Er hat den Kämmer, den Kämmer ist. Er hat den Kämmer. Er hat den Kämmer. Er hat den Kämmer. Das ist gut. Musik 2.0 auf. 2.0 auf. 2.0 auf. 2.0 auf. 2.0 auf. 2.0 auf. Das ist der Weine Holzleiter. Und das ist der Weine Holzleiter. Boah, die da diese Kippe an Twitter. Für die 6.05 auf. 2.0 auf. 3.0 auf. 3.0 auf. 3.0 auf. 4.0 auf. 4.0 auf. 5.0 auf. 5.0 auf. 5.0 auf. 5.0 auf. 5.0 auf.